was jetzt kommt also erstmal jetzt werde ich die kisten aufgelöst zuerst der scheiß der sowieso unten in die kisten gelandet ist die dinger können hier direkt rein und der das kann hier direkt rein wenn du bereit bist warum machst du denn nix ja da war ja was ich hab die kohle vergessen eigentlich ist noch ein slot frei okay okay ja egal also ich muss jetzt mal auslernen ja super ja das würde ich klappen ne okay okay so so das ist jetzt hier die wässer staff rein ja gut egal ähm mhm okay okay ja 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 da habe ich natürlich gar nicht dran gedacht oh guck mal aha äh äh 11 dia blöcke äh 10 dia blöcke und 6 mühse blöcke haaaaaaah oh mein gott so ist jetzt hier noch irgendwie kohle drinne nein ist hier kohle drinne nein ok gut ha das ist doch alles nicht wahr Jut dann heißt das jetzt bisschen was rausnehmen und dann können wir die sachen hier reinpacken so ungefähr jetzt müssen die sachen langsam in das system eingehen und unsere anlagen müssen platzen wobei es wirklich passieren kann weil ich habe jetzt gerade so viel reingemacht dass eine kiste fast voll wird das problem ist ja dass die Maschine ja alles verdoppelt aber eigentlich müsste die schnell genug wegschmelzen können dass es trotzdem nicht zu einem gau kommt naja ja so das heißt ich muss erst mal machen wie sagt die anlage muss jetzt erst mal das ganze was hier in die kisten ist weg arbeiten und in der zeit ich war mein inventar leer weil das werkzeug damit ja du und du du kommst da rein die kommt dann wieder nach unten ja gut das war ja jetzt so viel das kommt noch holz 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 das kommt noch da ok so der rest kommt eigentlich unten in die verarbeitung du kommst da rein du kommst da rein du kommst da rein und du kommst da rein ja gut ich hätte dich auch um die kiste schmeißen müssen du kommst auch nach oben ja du auch clean stone müssen wir uns jetzt noch was repariert wahrscheinlich ne ja hier ist immer noch komplett alles kommt alles in die artische ja gut hier ist natürlich aber gut ist halt so wie sagt bei dem raum kommt eher weniger auf die optik an ich meine zwar schönen das einigermaßen alles versucht sinnvoll zu sein aber wenn nicht sinnvoll ist es auch nicht schlimm eigentlich ist bei dem raum viel leichter reichbar machen ich meine dafür ist immer noch hier ne hier wie die idee mit dem durchbruch hier vielleicht ist das etwas was wir vielleicht noch mal angriff nehmen sollten vor allem weil hier als so ein weg also hier gefällt wirklich schwer über scheiße andererseits die kristin kommen wir weg das heißt vielleicht mache ich auch hier dicht und mache hier so einen richtig schönen durchgang nach hinten durch den gerät der schacht und vergessenheit oder ich mache keine ahnung irgendwas können wir damit vielleicht über glas über vorbei bei glas gibt auch kein sonnenlicht nach unten ja 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 wird spannend so erstmal hier darin so gut wie ist die auslastung oh ja okay die ist weit unterlastet aber die hier das ding ist ordentlich am rackern das ist weich jetzt das ist schon echt nicht schlecht so können wir mal gucken hier die ersten sachen einrichten das ding hier zum beispiel brab 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 und einschalten und schon sieht man richtig bum 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 so und einschalten was was wie sind sie hier gerade eingestellt die sind auf rotation eingestellt da sollte eigentlich immer alles durchkommen Rotation Rotation Hier sind manche Sachen, die sich ein bisschen anhäufen Nice Ja, denn zum Glück haben wir hier um die Kiste, weil die, wenn wir dann wahrscheinlich auch hier bei manchen Sachen brauchen, wobei ich ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, ob das so viele wären, ich meine, das sind ja fucking Blöcke, ja und ein so ein Dwarf passt ja so viel wie eine ganze Kiste, das sind also jeweils 100, 400, 1, 2, 3, 4, 8, ne, 1, 2, 3, 4, und 6, genau, das heißt 32, sprich also 3200, richtig? Richtig, das heißt es sind 3200 Blöcke, holy shit, so viele Dementen hätte ich gerne. Oh mein Gott. So, genau, das Zeug geht hier. Eigentlich müssten wir, ich weiß gar nicht, kann man aus diesen, äh... Eigentlich müssten wir die Kohle schon Feuer abgreifen, damit wir da auch direkt Blöcke draus machen können. Dieser Coal Dust Bringt uns halt so eigentlich kaum was. Oder? Ich meine, kann man das Zeug wenigstens direkt als Brennmaterial nutzen? Ich meine Idee ist nämlich, dass wir quasi das Ding vor die 4 setzen, also dass wir die 4 und diesen Abzweck hier austauschen, dass wir hier wirklich direkt Kohle, äh, also diese Kohleklumpen sammeln. Wobei das natürlich auch platzmäßig nicht mehr hinhaut, weil wir das austauschen, wäre das Rohr genau neben dem Rohr, dem wir verstehen, wenn die sich quer verbinden. Könnte man auch umgehen, indem man dort denn keine Rohre verwendet, sondern zum Beispiel diese One-Way-Tubes, oder aber diese Filter-Tubes, äh, also diese Sortierungsdinger, die dann halt die Sachen halt nur nach oben durchschicken, und die zur Seite, ähm, ja. Weil ich weiß nicht, ob das hier so sinnvoll ist mit dem Kohlestaub. Ich lass es erst mal so. Aber ich glaube, Kohlestaub bringt uns gar nicht. Vor allem, man kann aus Kohlestaub auch nichts mehr machen, oder? Ne. Man kriegt daraus keine Kohle mehr. Und ich weiß nicht, ob man Kohlestaub benutzen kann, um Öfen zu benutzen. Ich wage es aber echt hart zu zweifeln. Oh, doch, es geht. Oh, okay. Aber wer sagt, das Problem ist trotzdem nach wie vor, wir brauchen auch für bestimmte Sachen, brauchen wir Kohle. Glaube ich. Mal ein bisschen Marmor. Und so, war das hier für zu? Achso. Okay. Na, für manche Sachen brauchen wir echt reine... Den Rhein-Stuff. Ich meine, andererseits, wir haben so viel Kohle, das wird unser Lebensamt noch reichen. Das heißt, ich lass die Anlage unten erst mal so, wie sie ist. Aber dann müssen wir uns noch mal was überlegen, ob das hier wirklich so sinnvoll ist. Oder ob wir hier nicht mal was anderes machen sollten. Die rechte Frage stellt sich übrigens auch bei den anderen Sachen. Ob das wirklich so sinnvoll ist, aus allen Sachen Blöcken zu machen. Oder ob wir uns nicht da mit Möglichkeiten verbauen. Weil bei der Technik-Smod Kenne ich zumindest kein Rezept, wo man für irgendwas die Klumpen braucht. Man braucht immer entweder die Ingets. Also die Barren. Oder halt den Staub. Und das können wir beides aus den Blöcken wieder gewinnen. Ich weiß halt einfach nicht, ob es sinnvoll ist, die Sachen umzuwandeln. Weil die Sache ist, mit dem Umwandeln in die Blöcke, klar ist ein Platzgewinn. Klarer Fall. Vor allen Dingen wäre es aber auch ein Zeitersparnis. Weil wenn wir für irgendwas die Barren brauchen, die Sachen nicht erstmal gewinden müssten. Oder nicht backen müssten. Andererseits haben wir aber so das Problem, wenn wir jetzt für irgendwas den Staub brauchen, dann müssten wir das erstmal wieder gewinden. Also brauchen wir auch da wieder erstmal Zeit. Deswegen, ich weiß nicht, ob das wirklich so viel bringt. Ich lasse die Anlage erstmal so. Ja. So, wie sieht es denn jetzt hier aus? Aha. Oh, Stahltür? Please don't. Das, was wir am wenigsten brauchen. Das passt sogar. Das ist relativ gut. Weil nämlich Kupfer, wenn es rostet, auch grünlich wird. Deswegen sieht es aus wie, äh, ja, oxidiertes Kupfer. Voll witzig. Näh. So. Hier sind die alle aktiv. Ja, alle aktiv. Achso, wir müssen ja, sonst würde ich voller keine Blöcke kommen. So. Tada. Das ist doch geil. Ist das geil oder was? Digga, was ist das? Amanda Coyme. Das ist doch, voila, habbi, bibi, bibi. Bibi. Buh. Buh. Ich muss jetzt noch was gucken hier. Äh, okay. Okay. Ja, das ist schon echt geil. Das macht schon Spaß. Das einzige, was uns jetzt wirklich noch fehlt, ist, ähm, dass wir das hier nicht einfach einlagern, sondern hier nochmal eine Pipe legen. Wir haben ja hier im Raum noch ganz viel Platz. Ach, scheiße. Jetzt fällst mir gerade wie Butter von die Stulle. Wir wollten die Tore doch da oben hin machen, damit man sie von oben erreichen kann. Hier unten bringen sie uns ja gar nichts. Äh, eben hier unten sollte nur die Verarbeitung stattfinden. Okay, dann machen wir mal fuck my life. Oh, das ist nicht gut. Okay, gut, dann muss ich immer ganz kurz in die Wiener animieren und die Kiste leeren. Ähm, ja, da habe ich jetzt ganz dran gedacht. Das ist ja dumm gelaufen. Und der kommt jetzt auch erstmal nochmal hier rein. So, eigentlich wird jetzt nichts passieren, weil alles, was jetzt hier anfällt in der kurzen Zeit, muss ja trotzdem erstmal in die Küste wandern. Also alles gut. So, ähm. Wir müssten jetzt die ganzen Dauer alle abbauen. Und dann eine Pipe. Überall lang, äh, gott, wir brauchen ganz viele von diesen One-Way-Pipes. Das ist der simpelste Weg. Pff, mach ich eigentlich gerade. Ich weiß nicht, ist der One-Way oder nicht? Achso, was ist da auseinander? Na gut. Ich würde One-Way nicht zusammengeschrieben. Ah, ist egal. So, wir brauchen ganz viel Platz. Wie viel brauchen wir eigentlich? Ich würde gerne hier und hier jeweils mal ein. Also, ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, nur zehn. Elf. 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 Nee. War gar keinen Sinn. Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Wobei, ich mache es andersrum. Egal, ich mache einfach ein Paar. So, das passt doch. Und dann wird geflext, bis die Art kommt. So, ich brauche ganz viel Plastik. Ja, Plastik ist dann bald echt weit weg, ne? Scheiße. Ich brauche Kunststoffplatten. Wir hatten doch Blätter. Haben wir noch mehr Blätter? Haben wir denn keine Blätter mehr? Ach doch, haben wir unten. Ich schon wieder. Wir haben unten massige Blätter. Egal, äh. Kochen. Das war jeweils einfach kochen. Okay, doch, ich nehme mal noch ein paar Blätter. Wofan haben wir meisten? Kiefern? Wieso haben wir so viele Kiefern? Alter. Ach ja, weil wir da hinten, wo wir unser großes Feld gebaut haben. Da werden diverse Bäume abgerodet. Da war ja was. Äh. Alles. Hey. Ja. Aber sowas von. So. Haben wir ordentlich Öl. und da Blätter hoffentlich. So. Jetzt aber erst mal. Ähm. Ich brauche Mäse. Da wäre ja mittlerweile wirklich echt viel. Eigentlich müsste ich den ganzen Scheiß auch unten komplett in die Pipeline werfen. Oh Mann, Alter. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Aber wie gesagt, das alles, was ich wirklich erst mal hier vor Ort, für den Fall, dass das mit den Umwandeln in Blöcken vielleicht wirklich eine schlechte Idee ist, dass ich immer noch so keinen Nut, ne? Also das, was hier drin ist, bleibt auch hier drin. Also zumindest werde ich es nicht unten in die Anlage werfen. Benutzen werde ich es natürlich, klar. So wie jetzt zum Beispiel das Mäse. Aber ich werde es nicht unten in die Kreislauf werfen. Ähm. Ähm. So, so, so. Oh Gott. Oh Gott, lass mal. Boah, die sind schon fertig. Warum ist die schon fertig? Leute, ihr macht mich fertig. Ähm. Schon wieder irgendwelche Monster hier. Gebt's euch ein. Ah, ist ja schon fertig. Lol. So, was, 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 was passiert jetzt hier eigentlich noch? Da, acht Stöcker schon wieder. Na, wie ist das, wenn wir dann unsere ersten Stöcker los? Das ist ja hier. Man braucht wieder, das ist halt viel Stöcker. Alles. Elf. Wie viel brauchten wir? Ah, nee, das ist ja 22. Oh, komm. Lass ganz ehrlich damit. So. Haben wir noch Pipes? Mir fällt gerade auf, dieses Hotding-Dick ist, da brauchen wir ja gar nicht. Oh, wird das geil. Oh, wird das geil. Aber ich freue mich, ich brauche Dirt. Damit ich mich hochbauen kann. Und ich brauche eine Axt. Äh, ein Steinschwert. Äh, eine Axt. Was? Mal Spitzhacke, Leute, was los wird? Ja, so. Äh, hab ich. Ich nehme mal die kaputt. Dann brauche ich... Weil hier wollen die ganzen Dinger hin. Wie viele haben wir jetzt eigentlich? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. So. Oh, leer. So. alles falsch so ich höre ein monster aber ich weiß nicht wo ist ein bisschen creepy machen wir einfach mal so hier wo ist die mitte da ist die mitte ja genau jetzt geht das spaß los darum muss es in der ganze so so gut aber das machen wir nicht so folge bis dann